V2-Raketentest 5, 4, 3, 2, 1 V2-Raketentest abgeschlossen Telemetriebedienstete, führen Sie die Kalibrationen zum Start durch An3 V2-Raketern An Use An oxígen An 6, 1 Damn Lass V2-Raketentest Trochę Achtung, die Betankungsdienst führen den letzten Check der Sicherheitssiegel durch. Achtung, Starttower, bitte überprüfen Sie die Autofreigabesequenz. Achtung, Starttower, bitte überprüfen Sie die Autofreigabesequenz. Achtung, alle Startkommandeure, signalisieren Sie Ihre Bereitschaft. V2-Start beginnt in zwei Minuten. Okay, beeilen wir uns etwas. Ich will nicht den ganzen Tag hier sein. Start in einer Minute und 30 Sekunden. Hmph! Hmph! Das war's für heute. Start abgebrochen. Alle Sicherheitstrupps in Bereitschaft. Achtung, Eindringling, Eindringling. Sicherheitsteams, bitte melden. Achtung, Eindringling. 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 Das war's für heute. Ah! Untertitelung des ZDF für funk, 2017